Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy XIV, heute nochmal mit Fabi. Hallo. Der begleitet mich nämlich jetzt hier im Dungeon Hüter des Sees, erinnert euch an die gestrige Folge. Mal schauen, was das jetzt mit Midgard Stormer auf sich hat. Ich bin gespannt. Ich habe das damals tatsächlich überhaupt nicht mehr, oder von damals tatsächlich überhaupt nicht mehr im Kopf, was da jetzt wie passiert ist und vorgefallen ist. So, schauen wir mal. War das ein normaler, langer, also ein normaler Dungeon, oder? Ich glaube, der war nicht so lang. Der kam mir, ich glaube, Hüter des Sees war ein bisschen kürzer. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Wir haben ja natürlich einmal den Drachen. Das Wilde vom Drachen, sage ich jetzt mal. Wir haben auf der anderen Seite das Mechanische von der Agrius, von dem galläischen Luftschiff. Ist auf jeden Fall von der Atmosphäre her schon sehr nice. Ist da als Rotmagier drin? Ja. Ich mache doch alles als Rotmagier jetzt. Habe ich dir doch erzählt. Rechst du wieder normal aus, wie vorher? Ja. Ich muss gerade erstmal die Musik leiser machen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Spiel so ultra laut ist im Vergleich zu dir. Ich habe dich schon um einiges raufgeregelt. Okay. Ich habe dich tatsächlich um 10 Dezibel raufgeregelt, aber das Spiel ist immer noch deutlich lauter als du. Der Tank heißt CC-Top. Huch, nein, ich habe gerade eine Leiste umgeschaltet, weil ich, oh, verflixt. Ich spiele eindeutig zu viele MMOs durcheinander. Weil bei Arc Age muss ich nämlich momentan Shift und 1 drücken, um die Sachen aus der zweiten Zeile zu nutzen. Und hier ist es halt Steuerung. Und jetzt habe ich mit Shift und dann der Taste habe ich eben auf die andere Aktionsleiste umgeschaltet. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn man so viel durcheinander spielt. Hm. Ich vermisse gerade so ein paar Skills, merke ich. Austausch in der Karten fehlt mir. Ich denke, wir sind ja hier 50, okay. 50, ja. So, habe ich jetzt natürlich eben prompt direkt schon wieder meinen Instant-Cast 2- oder 3-mal versaut. Ich will die ganze Zeit jetzt Shift drücken. Das ist total doof. Das ist echt nervig. Ich versau deswegen gerade komplett meine Rotation. Boah. Eben nicht. Ich drücke die ganze Zeit und frage mich, hey, warum greift der den denn nicht an? Ist der gerade irgendwie immun oder was? Und dann merke ich, oh, falsche Taste. Oh mein. Ja, das ist, ähm... Ich spiele jetzt auch gerade, wenn ich Final Fantasy spiele, dann spiele ich ja auch gerade eher meinen Beschwörer. Weil ich den ja noch auf 60 bekomme, wegen des Mentoren-Zeugs. Also für diejenigen, die das auch interessiert, ähm, man bekommt ja, wenn man Mentor ist, das heißt, einen Tank, einen Heiler und einen Damage-Dealer auf Stufe 60 hat, bekommt man ja, oder das ist eine der Voraussetzungen für den Mentoren-Status. Man braucht dafür auch noch 300-mal die Wertung als ehrenhafter Spieler. Und ich glaube, man muss, oh Gott, wie viele? Ich weiß nicht mehr, man muss... Ähm, noch nicht so viele, 107, glaube ich. Das ist halt recht schwer, da dran zu kommen als DD. Ähm... Man muss irgendwie auch noch eine bestimmte Anzahl an Dungeons generell gemacht haben. Das weiß ich aber gerade nicht mehr genau, wie viele das sind. Dann bekommt man eben den Mentoren-Status. Und wenn man dann als Mentor 2000 zufällige Inhalte abgeschlossen hat, bekommt man, ähm, Astrope oder wie sich das Tier ausspricht. Das ist so ein Doppelsitzer Pegasus-Einhorn-Mount. Also saucool für mich auf jeden Fall. Und deswegen mache ich den ganzen Tanz überhaupt. Und ich hatte jetzt mich gefragt, muss man jetzt die Klassen auf Maximallevel bekommen, also auf Stufe 70, oder ist es bei 60 geblieben? Und es ist zum Glück bei Stufe 60 geblieben, was ich sehr, sehr gut finde. Ich habe übrigens Square schon Bescheid gesagt, dass ich es finde, dass sie mal ein cooleres Zwei-Personen-Mount in den Shop packen wollen. Und es ist angenommen worden. Haben sie gesagt, es kommt was? Oder sie haben gesagt, es ist registriert? Sie geben es weiter mal an die Entwickler. Weil der hat ja Support geschrieben dann. Es ist doch voll cool, die Mogheri-Kutsche. Ich hätte die voll gern. Ich habe nur einfach gerade kein Geld dafür. Ansonsten hätte ich mir die schon lange geholt. Ich finde die so nice. Das ist so eine fliegende Kutsche. Das ist so cool. Du hast die ganze Zeit die Good King Mogelmog-Musik. Das ist doch voll toll. Ah ja. Ja, da müssen schlechte Karten. Das Problem ist, da ich sie nicht wegwerfen kann, weil ich das erst mit 70, glaube ich, bekomme, muss ich jetzt die ganze Zeit die Karten halten, bis sie auslaufen. Hm. Oder haben wir jetzt den ersten Boss? Ja, die konnten hier nichts Besonderes. Einhänder. Unter einem Einhänder verstehe ich eigentlich ein Schwert. Ach, der hat nur eine Hand. Tatsache. Ah, der hat immer wegfliegen müssen, kurz. Ach genau, der mit dem Treibstofftankst, die musst du nach außen schubsen, ähm, weil die in die Luft gehen. Ah, okay. Ja, gut. Dann hat er immer mehr da und die explosieren immer wieder neu und sie machen halt immer einen Area-Effekt, um die zu tun. Wenn man die nicht rausschubst, dann hätte man einen extrem großen Bereich, dann irgendwann... Muss man die anklicken oder einfach eine Attacke draufhauen? Ähm, ich habe eine Attacke. Okay. Ja. Beziehungsweise ein Autohit reicht auch. Ja, das mache ich meistens dann schon. Okay, weil ich hatte mich jetzt gerade noch mit da drum gekümmert und bin rumgelaufen, weil ich mir... Ich dachte, das sollten wir auch machen, die D-Ds. Kommt noch an, wie viele halt da sind, ne? Mach's schon. Mach's schon. Okay, weil ich dachte jetzt... Sag mir bitte, wenn die zu viele da... Äh, wenn es zu viele sind, weil ich hätte jetzt gesagt, das sind zu viele. Nö, noch ist easy. Das ist ja komplett nur ein Bereich voll gerade. Und so. Weil ich wollte nämlich jetzt gerade schon helfen. Ja, man muss halt nur dafür sorgen, dass man freie Flächen hat. Und das ist einfach easy. Vor allem, wenn du die ransaugst. Aber jetzt sind sie halt alle da drüben. Wenn du einfach nur die Seite wechselst. Hm. Ja, das stimmt. Hast du mich gerade herangezogen? Ja. Dann hast du mich unterbrochen. Das war aber auch nötig. Ich stand doch gar nicht daneben. Wärst du da gestanden? Wärst du da draufgegangen? Was haben die ja dann von Radios? Ich stand genauso. In Radios siehst du nicht auf dem Boden. Das ist einfach... Wir haben einfach, ähm... Umso weiter du dran bist, umso höher ist der Schale. Ach so. Wir haben quasi keinen Bodeneffekt. Wollte ich einen Schatz drum mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, gibt es hier keinen Loot, weil ich hatte das Viech gerade nicht, ich hatte die nicht gesehen da drin. Was ist das? Schmier... Ein Schmiergel? Handvoll Schmiergel. Oder Schmiergel vielleicht, Kadi. Ja, ich habe auch gerade, als ich es dann gelesen habe, ich dachte, die meint damit so ein Schmiergel halt. Wie Schmiergelpapier. Ja, ja, ja. Das ist schon richtig, Kadi. Sagt ihr nicht Schmiergel was? Ja, schon, aber das ist eine Handvoll Schmiergel. Äh, es ist... Ja, das sieht man aber auch... Ja, das sieht man aber auch erst, wenn man den Tooltip liest. Erst dann sieht man das. Woher kann man das nicht erkennen? Hääääh. Ja, so eine Instanz ist mal recht entspannend als Ausgleich. Ja, Fabi regt sich momentan die ganze Zeit auf mit der Rage total wegen dem aktuellen Story-Quest-Content-Ende. Stormblood Final Boss ist ein bisschen... Es gibt halt sehr, sehr, sehr viele Leute, die keine Ahnung haben, weil es fast normal ist. Aber es gibt auch sehr, sehr viele, die sich einfach komplett weigern, gewisse Sachen zu machen. Das ist dann halt das Nervige. Es ist ja nicht schlimm, wenn jemand keine Ahnung von irgendwas hat und sagt, hier, ich bin das erste Mal da. Und... Hier ist Lee. Warum kann ich den nicht? Okay. Ich konnte nicht anklicken erst. Ich glaube, sie war zu weit weg. Ähm... Und er bricht mich nicht immer. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, was ich sagen wollte. Entboss-Movement. Ähm... Nee, nichts dazu. Ach ja, genau. Ähm... Es ist ja nicht schlimm, wenn jemand den Boss nicht kennt und halt sagt, hier, ich bin das erste Mal da. Aber manche blocken dann halt irgendwie so komplett ab. Es sind zum Beispiel auch viele, die, äh... Also hat Fabi zumindest erzählt, ich bin ja noch nicht so weit, die mit dem Schwarzmagier keinen Bock haben, sich zu bewegen. Kann ich verstehen. Hätte ich auch nicht. Deswegen macht mir aber auch die Klasse keinen Spaß. Der Schwarzmagier an sich ist sau cool. Aber ich mag es einfach nicht, wenn ich eine Klasse spiele, die, ähm... nur dann Schaden macht, wenn sie sich nicht bewegt und man sich einfach permanent bewegen muss. Der Boss ist extrem, muss man fast nicht hin. Ähm... Deswegen, das ist für mich der Grund, keinen Black Mage zu spielen, muss ich wirklich sagen. So cool die Klasse sonst auch ist. Aber das ist einfach dann was... Das ist so... Ihhh... Bewegen. Deswegen, ich spiele deutlich lieber irgendwie eine Klasse, mit der ich mobil bin und, ähm... eben kein Problem habe, wenn ich mich mal bewegen muss. Ich kann es auf der einen Seite verstehen, dass sie sich nicht bewegen wollen, aber man muss es halt ab und an tun. Gut. Schwarzmagier sind Fitnessmuffel. Er meinte, dass bei ihm der Beschwörer sich nicht bewegen wollte. Echt? Ich habe das schon geschafft, ja. Dabei kannst du ja nur als Beschwörer alles in der Bewegung machen. Du kannst... Okay, du kannst... Manche Dots kannst du nur setzen, wenn du still stehen bleibst. Aber du hast ja auch noch den Skill, dass du die Dots beide instant setzt. Das kann ich nur als Beschwörer? Kann ich das gar nicht verstehen? Du hast Ruin-Ra, was du... Ruin-Gar hast du dann am Ende sogar. Ja, beziehungsweise Ruin-Gar dann später. Ich habe jetzt momentan auf 53 habe ich jetzt nur Ruin-Ra. Und, ähm... Das kannst du ja auch aus der Bewegung casten. Ich glaube, bei Ruin-Gar musst du wieder stehen bleiben. Aber da nutzt man halt mal Ruin-Ra und nicht Gar. Kannst du nicht. Ach, das geht nicht? Weil ich habe nämlich... Du kannst nicht mehr ab, du kannst nicht mehr downgraden. Ja, ich habe nämlich... Ich habe Ruin und Ruin-Ra. Echt? Ja. Ich habe beides. Okay. Weil die auch unterschiedlich funktionieren. Für Ruin muss ich halt stehen bleiben. Dafür kostet es mich weniger Mana. Ruin-Ra kostet mehr Mana, aber ich muss nicht stehen bleiben. Wow. Verdammt. Manche Effekte sind so krass, dass du nicht siehst, äh... was da manchmal für Attacken auf dich zukommen. Deswegen stehe ich so gerne weit weg. Und vielleicht ein Boss, also spar dir schon mal dein weißes und schwarzes Mana. Das ist sehr gut zu wissen, weil ich bin nämlich jetzt leicht genau voll. Kannst du dir eh mal am Ende von Gruppen sparen, da brauchst du eigentlich unbedingt immer noch... Ja, ja, klar. Da haut man das dann nicht raus. Das wäre ja Quatsch. Das ist ja dann sowieso total Overkill. Da mache ich ja viel, viel mehr Schaden. Warum nimmt denn niemand den Schlüssel mit? Bin doch schon dabei. Die lauft alle weg? Ich war doch schon dabei, du alter Jammer-Schlappen, du. Jetzt habt ihr gar nicht Fabis schönes Outfit mit Fransen gesehen. Hast du das dabei? Ach nee, du kannst das jetzt... Doch, du kannst das hier wechseln, oder? Ja, ich bin dabei. Das Kanonenschiff verinnert mich an irgendwas. Aber ich kann es nicht... Ich kann es nicht switchen darauf, weil... Ich habe es ja transmogged. Ach so, ja, stimmt. Fabi sah halt aus wie so... Ja, ein Poka-Hontas. Beim nächsten Mal, Cardi, gebe ich dir einen Tipp. Ja? Ich wollte... Ich habe deswegen auch wegen der Combo gefragt, damit... Damit du... ...meinen Damage-Bach bekommst. Ach so. Ah, okay, gut. Ich dachte, du meinst, dass ich dann generell direkt damit anfangen soll. Ja, gebe ich den jetzt trotzdem noch. 30% mehr Damage für 30 Sekunden. Wenn ich Glück habe, kriege ich das sogar noch wieder voll. Ah, ich habe es voll bekommen. Oh, ich habe die Ads gar nicht gesehen. Tollen Ausgleichen. Jetzt macht er diesen Mist da. Ähm, ja, der hat ja auf mich gezielt mit dem Preis. Deswegen... Er fängt immer auf dem, zu dem er ein Fokustarget hat. Ja, ich... Ich hatte zwar gesehen, dass er auf mich gezielt hat. Aber ich wusste nicht, dass es dann der Angriff ist, der als nächstes kommt. Da habe ich beim ersten Mal noch nicht drauf geachtet, weil er es gemacht hat. Oh, ich habe die Ads gar nicht gesehen. Ja, wie gesagt, ich kenne den Kampf hier überhaupt gar nicht mehr. Ich habe den einmal gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es die Instanz überhaupt gibt. Ah, wäre ich jetzt ein Schwarzmangel gewesen? Bist du stehen geblieben. Ja. Ja, nochmal der Letzbar. Auf mich. Und das, was Fabi jetzt macht, ist zum Beispiel sehr, sehr super für die Gruppe, weil man dann so an den Rand geht, ähm, und dadurch einfach einen größeren Bereich zum... Aber auch, dass der eine nicht gemacht hat. Genau, zum Freien durchlaufen lässt. Und der hat ihn jetzt einfach mal mitten durchgezogen. So sind wir jetzt komplett geteilt. Und, äh, haben deutlich weniger Platz, uns noch irgendwie zu bewegen. Also, Fabi hat quasi sozial gespielt. Hast du gerade gesehen, ich habe ihn rübergezogen. Ja. Tatsächlich mag ich den Skill ganz gerne, muss ich sagen. Ähm, und der... Eine Damage-Bach ist recht... Ungewichtig. Oder der Damage-Reduce. Kannst du mich aufziehen? Nee, ne? Nee, das hat ziemlich viel Cooldown. Es hat 150 Sekunden Cooldown. Ein bisschen krass. Nach links gehen. Aber ich finde den Cooldown doch auch ein bisschen hoch. 150 Sekunden, warum müsste das so hoch sein? Oh, Stufe 53. Oder bin ich jetzt in die 52? Ähm, und irgendwas Neues habe ich jetzt bekommen. Eilen war das oder Rätsel, glaube ich. Ähm, Job, Job, Job. Da, ab Stufe 52. Also, gut, das ist jetzt gerade für mich sowieso uninteressant. Und... Und...